Willkommen zurück zu Let's Play GTA The Lost and Amped, yeah! So, unten auf der Karte sehen wir ein kleines Männchen und zwar ist das Malcolm oder Melk ein Random Character und du, warte kurz, eigentlich kriege ich noch einen Anruf, Clay, SMS, okay. Johnny habe gehört, dass dein Hexter kaputt ist, ruf mich an und ich bringe sie dir Startler wieder. Ah, okay, der bringt Motorräder, warte, mein Motorrad, sehr schön. Also Ashley hat eben angerufen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das unsere Ex oder so? Ich weiß nicht mehr, ähm, ich bin nicht rangegangen, die ruft gleich wieder an, äh, für Storymissionen, aber wir gehen erstmal zu ihm und, äh, machen mal hier die Nebenaufgabe. Hallo! Ich bin ein bisschen stressig, mein Junge Deshaun ist nicht schuldig, wir müssen uns zusammenbleiben. Ich glaube, er ist in seiner Krim oder so. Also, ich kann sehen, wie das sein könnte. Ich verabschiede dich für deine früheren Angelegenheit. Ich bin wirklich verabschiedet, aber was soll ich jetzt machen? Ich kann das nicht für selbst machen. Okay, ich habe es. Ich werde dir helfen, Freundin. Die Frage ist, ob du das Ding startest? Holt ihr ein Bike? Toll! Toll! Ah, sehr schön. Wollte schon wieder rummeckern, dass hier kein Bike rumsteht. Voll gemerkt, okay. Der hat ein geiles Motorrad, muss man sagen. Ah, pisst euch alle. So, für ihn muss ich zwei Treffen machen, also zweimal muss ich zu ihm. Dann hätten wir die Random Charakter auch hinter uns. Das waren ja nur drei, beziehungsweise zwei Leute. Was macht der denn da? Er telefoniert. Ich packe jetzt nicht. Okay. Habe ich überhaupt noch Munition? Wow, wow. Ja, ich glaube schon. Müsste noch einiges von uns sein. Was, der wurde angeschossen? Ich weiß, dass es richtig geht. Fahr mal schneller. Ja, anscheinend schon. Yay, ui, ui, partyhard auf dem Motorrad. Alter, der ist echt lahm. Ich muss die ganze Zeit auf die Bremse drücken. Hä? Dein Motorrad ist weg. Oder auch nicht. Aber das ist manchmal so verbuggt, eigentlich immer. Das ist jedes Mal so. Dass meine Kollegen auf dem Motorrad da irgendwie immer rumspacken. Yay. Nice. Ich mache ja Faxen auf dem Motorrad, weil der mir zu lahm ist. Wo müssen wir denn hin? Wenn er jetzt ein bisschen schneller wäre und ich müsste echt dranbleiben, dann wäre es ein bisschen mehr Action hier. Oh. Okay, okay. Man darf es nicht übertreiben. So. Was denn? Wo denn? Ach so, da. Äh. Okay. Ich habe es jetzt nicht so verstanden. Folge die schon. Schon. Die schon. Keine Ahnung. Äh. Keine Ahnung, was mit ihm los ist oder so. Und was so passiert ist. Wow. Ich habe da nicht so aufgepasst. Nein, nein, nein. Verpisst euch. Danke. Nicht, dass ich noch einen Stern bekommen oder so ein Scheiß. Ja. Ah, da vorne ist irgendwas. Töten? Ja. Oh. Ohne Deckung ist böse. Und ohne Schutzfeste ist auch böse. Aber läuft, ist das exklusiv? Ja, das ist exklusiv. Läuft bei mir. Da ist doch noch irgendwo jemand. Oh. Oh, komm. Okay. Das war schon. Okay. Muss ich mir mal in Ruhe angucken. Die Videosequenz oder die Story. Und was da ging. Ja, das war ja mega easy. Guck mal, gerade gleich auf der Karte, nachdem ich hier mal nach langer Zeit mal wieder Munition sammle. Mach ich ja eigentlich selten. Ich will mein Motorrad hier wieder. Oh, geil, kann ich sein Motorrad holen? Gefällt mir ja so gut. Nice. War das das hier? Ja. Das ist geil. Guck mal auf der Karte, ist der jetzt nochmal zu sehen? Nee. Anscheinend noch nicht. Ähm, was wollte ich machen? Komm, wir machen Gangkriege. Ohne Schutzfeste ist mies, aber egal. Schau's drauf. Ich denke, der ruft. Oh, echt, der ruft an, okay. Okay, da soll ich mich treffen mit Y. Den kennt man auch aus, äh, GTA 4, glaube ich. Ich dachte aber jetzt, äh, wir müssen noch eine Mission für Ashley machen eigentlich. Weiß nicht, wann die kommt. Müssen wir aber jetzt nicht machen. Wir können jetzt einen Gangkrieg machen, erstmal. Oder, das hab ich ja vorgehabt. So, da, oh. Eine nette Statur. Oder ein Denkmal, keine Ahnung. So. Habe ich eigentlich schon die ganze Zeit den Karabiner oder die M4 oder was das für eine Waffe ist? Das Sturmgewehr da. Man weiß es nicht. Ich hab in letzter Zeit gar nicht mehr da geschossen, weil normal ist das ja... Meine Stimme ist weg. Normaler ist das ja so meine Lieblingswaffe. So. Jetzt läuft's wieder. Halbwegs. Ja. Achso, ich wollte eigentlich... Können Unfall werden. Nein, ich bin gut. Oben lang, oben lang, oben lang. Hä? Achso, ja. Ich pack dir immer was rum. Alles klar. Uh. Schöne Federung hat das Motorrad. Zieht man richtig weg. Ui, yay. Geil. Kann man voll hüpfen damit. Ja. Das war mir so klar, die sind genauso doof wie ich. Naja, ich bin nicht doof. Ich hab extra so scheiß gemacht, aber... Die sind doof. Und fahren dann voll in mich rein. Siege die gegnerische Gang. Jetzt. Alter, Leute. Was ist denn hier los? So, erstmal mein Ohr kratzen hier. Heute ist der Wurm drin mit meiner Stimme anscheinend. Ich hab ein Kratzen im Hals. So, jetzt hier aufpassen. Da vorne stehen sie schon, dann stelle ich mich hier hin. Das ist aber gut so. Ah ja. Sehr schön. Das ist aber gut so, dass ich... Die Waffe hier hab. Wie mach ich das am besten? Ja, läuft. Läuft, läuft, läuft. Was macht ihr denn da? Nicht abhauen. What the fuck? Warum explodiert hier alles? Was will der hier? Der ist reingelaufen. Oh fuck. Warum? Was machen die da vorne? Da will ich gar nicht hinlaufen. Oh, Levy. Oh, Manu. Irgendwo sind da noch Leute. Was sind die? Ich glaub, die sind da unten. Ah, da vorne. Was ist das denn? Okay. Was? Erwärfte jemand Granaten oder so? Das ist ja echt mies. Ich stehe hier nämlich genau an der Front. Bestimmt jeder... Was nicht? Polizei? Warum? Wir können Polizei killen. Da ist ja irgendwo noch einer. Scheiß, das Geld ist weg. Da vorne. Okay. Klux, hast du? Nice. Man muss ja auch einsammeln. Danke. Ähm. Da explodiert immer noch alles. Warum steht ihr hier rum? Ne, das war ein Hotterkörper, oder? Der Penner haut ab. Was ist denn hier los? Oh, Johnny. Warum läufst du so viel hinter die Treppe runter? Warum haut der ab? Hier sind doch zu viele Leute jetzt zum Anwissen. Dann passierte mich sowas. War das einer? Da vorne. Fuck. Das war dumm gelaufen. Kostet halt nur Zeit eigentlich. Oh, du Idiot. Also. Ich hab dich getroffen. Alter, lauf mal. Nicht so schnell. Johnny, komm. Ich bin schneller ohne Waffe in der Hand. Warum hat der eine Waffe in der Hand? Mano. Und ich hab einen Stern. Und es leckt. So viel negative Dinge. Warum haut der Penner ab? Ist er das? Ja. Ne, ist er gar nicht. Da. Idiot. Mann, wegen dem Wichser. Hat es so lange gedauert. Kriege ich dein Motorrad? Kriege ich dein Motorrad? Toll, mein Motorrad ist jetzt weg. Wo waren das jetzt nochmal? Na, da vorne irgendwo. Steht das noch da? Huh, das war schon mal besser gelaufen. Nur wegen dem Wichser. Toll, mein Motorrad ist weg. Ashley. Baby, wir müssen uns tapfen. Komm her. XX. Okay. So Ashley können wir auch. Genau, da fehlt nämlich noch eine Mission. Hast du ein Motorrad für mich? Irgendjemand? Wir möchten noch einen Gangkrieg machen. Kein Motorrad. War das hier überhaupt? Das war jetzt weiter, ne? Ah, da ist auch... Toll, da ist ein Gangkrieg, oder? Ne. Moment, hier, wen soll ich anrufen, damit er mir ein Motorrad bringt? Erstmal gucken, wo ein Gangkrieg ist. Ja, doch, da ist eins. Nachrichten. Ruf ich, äh... Ach, hier, Clay. Äh... Einfach anrufen, Bikes. Ah, nice. Komm, einfach Hexer. Einfach Hexer, keine Ahnung. Oh, das ist gut. Das ist praktisch. Leider ist das Spiel schon bald vorbei. Okay. Ist er da jetzt in der Nähe? Ah, ja, da kommt da hinten. Das ist gut, aber wie gesagt, bringt mir nicht mehr so viel. Danke. Dann kann ich aber auch um ein Taxi zu den Gangkriegen fahren. Dann rufe ich den Typ an. Den Clay. Und dann bringt er mir was global. Was schönes. Wo war der Gangkrieg jetzt? Ja, ich fahre genau drauf zu. Uh, das war knapp. Knapp an den Bullen vorbeigefahren. Alles klar. Kann man natürlich überspringen. Jo. Wunderbar. Nicht so weit. Nicht so lang. Nicht so kurz. Nicht so breit. Wat? Finde die gegnerische Gang. Schutzwässer habe ich. Gut. Sehr schön, habe ich hier eingesammelt. Kann mir vielleicht den Arsch retten. Habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht so drauf geachtet. Außer im letzten Part. Habe ich die gebraucht. Mit der, wegen der harten Missionen da. Die ich ja drei, viermal machen musste. Ich glaube, dreimal, viermal? Weiß ich nicht mehr. Okay, die fahren da rum. Oh Gott. Komm, ich werde aus. Einfach drauf ballern. Komm bitte, ich will ein Auto explodieren lassen. Ah, komm. Nice. Weiß ich aber nicht, oder? Oh, der explodiert echt alles. Nice. Die war mir schon geil hier. Oh, die habe ich fast übersehen. Okay, noch zwei. Hallo, du bist tot. Na? Hinterm Auto, der Wichser. Das war ich. Ein schöner Hedge hat. Okay. Mit der Waffe geht das echt gut. Oh, die sind alle gestorben. Na gut, hier ist auch ein bisschen was explodiert. Und hier sind ein paar Menschen durch die Luft geflogen. Ich wusste nicht mehr, wer wer ist. Liegt da. Ah, Waffe. Dachte es, er ist eine Schutzwaffe. Ja, dann holen wir unser Motorrad wieder. Unser Bike. Und guck mal. Auf der Karte. Da ist noch eins. Ja, komm, da fahren wir doch so hin, ne? Na, der ist doch gar nicht so weit. Ich konnte mir übrigens ja andere Motorräder noch schicken lassen. Und da explodiert es immer noch. Ich habe jetzt einfach das genommen. Ich kenne die nicht vom Namen her. Ich verwechsel die immer. Oder kenne die Namen besser gesagt. Überhaupt nicht. Deshalb ist es mir auch scheißegal, der ein geschwächtes Motorrad. Weil die meisten erkenne ich überhaupt gar keinen Unterschied. Nur zwischen diesen Hades und den Shoppers und den Sportbikes. Da ist klar, dass man da einen Unterschied erkennt. Aber so jetzt nicht wirklich. Wer war das? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich komme ja da immer durcheinander mit den Namen. Das wisst ihr. Das sage ich auch immer. Oder das ein oder andere Mal. Also immer. Nice. Direkt hier in der Nähe. Gucken wir mal. Ja, ja. Wir sind doch schon am Fahren. Da warst du noch hier. Alter. Ja, ja. Ich bin bereit. Das sind wieder einige Fahrzeuge oder einige Leute, die wir killen müssen. Geil ist ja immer, ein Fahrzeug nur killen. Dann einfach abhauen. Oh. Komm, explodier. Oh, man. Du Idiot. Du musst die killen. Der killt mich. Mein Motorrad. Ich wollte eigentlich aufs Auto, damit das explodiert. Dann geht das nicht. Hade. Das war mein Motorrad. Oh, was ist das für komischer Sound? Oh, fuck. Die kommen von hinten. Oh, fuck. Die Waffe ist ja. Ja, gut. Das war jetzt dumm. Jetzt soll ich extra so aufs Auto nur ballen. Ich hätte die schon längst killen können. Aber wollte ich nicht. Weil es wäre lustig. Alter, geh doch mal an der Schusslinie. Wäre lustiger gewesen, wenn ich einfach nur das Auto in die Luft gesprengt hätte. Genau so. Obwohl, dann nicht alle sterben direkt. Ja, toll. Jetzt explodieren sie. Na, komm. Okay. Ja. Gib mir das, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte. Komm. Zwei sind tot. Oh, du Idiot. Okay. Ähm. Egal. Aber gut. Wir haben ja schon 18 Minuten, dann würde ich sagen, wir enden wir den Part. Ähm. Was haben wir gemacht? Wir wollen im Karakter zwei Gangkrieger. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Ähm. Nächster Part. Wahrscheinlich wie das doch. Emissionen. Ich bin gespannt. Ihr seid hoffentlich gespannt. Das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut. Und ciao, ciao. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Vielen Dank.